Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier. Ja, und während wir uns in der vergangenen Folge mit kleinen Holzbausteinen beschäftigt haben, widmen wir uns heute dem Holzbau in deutlich größeren Dimensionen. Gebäude komplett oder zu großen Teilen aus Holz zu errichten, ist ja bei weitem keine neue Erfindung. Seit Jahrhunderten, ja eigentlich kann man sagen seit Jahrtausenden, wird Holz als Baumaterial eingesetzt. Wenn man sich jedoch in unseren Städten, Dörfern und Gemeinden so umschaut, beherrschen Beton, Stahl, Ziegel das Bild in den Straßen. Und so verwundert es nicht, dass zu über 90 Prozent fossile und mineralische Baustoffe zum Einsatz kommen. Doch es geht auch anders. Insbesondere unter ökologischen und nachhaltigen Aspekten erlebt das Bauen mit Holz seit einigen Jahren eine Renaissance. Und so ist Holz womöglich nicht nur der Baustoff der Vergangenheit, sondern auch der Baustoff der Zukunft. Darüber wollen wir heute sprechen mit unserem heutigen Gast. Professor Tobias Götz hat als gelernter Zimmermann nicht nur selbst viel mit Holz gearbeitet, sondern sich auch als Bauingenieur auf den Bereich Holzbau spezialisiert. Seit über zehn Jahren setzt er als geschäftsführender Gesellschafter an den drei Standorten des Schweizer Ingenieurbüros Piermin Jung mit seinem Team Bauwerke in Holzbauweise um. Ich sage Hallo, Herr Professor Götz. Hallo, Herr Südmeier. Freue mich, dass Sie heute hier sind. Ja, Herr Götz, ich habe es gerade schon gesagt. Sie sind gelernter Zimmermann und haben seit Ihrer Jugend ein Faible für den Werkstoff Holz. Was macht für Sie die Faszination aus? Ich bin in der stillgelegten Schreinerei meines Opas groß geworden, praktisch hinter einer alten Hobelmaschine von 1949. Mit meinem Vater beständig daran gearbeitet, schon als kleiner Junge. Die Hobelspäne, die einem um die Ohren geflogen sind, der Geruch des Holzes, der hat mich von Kindesbeinen an erfasst, fasziniert, bis heute nicht losgelassen. Von daher war das irgendwie logisch, dass ich irgendwie in dem Bereich unterwegs sein wollte, unterwegs sein musste vielleicht, wer weiß das, aber fast schon mit der Muttermilch die Sache aufgesogen. Und dann ganz normale, klassische Zimmermannslehre gemacht. Ja, ich war damals Schreiner, Zimmermann, wie die Zufälle manchmal so sind. Ich habe in einer Schreinerei gearbeitet, in einer Zimmerrei gearbeitet und dann hat mich der Zimmereiberuf einfach mehr angesprochen als der Schreinereiberuf, Tischlerei und so bin ich eben im Zimmererhandwerk gelandet. Ja, und dann ging es irgendwann weiter. Wie kam es dann dazu, dass Sie sich eben auf dieses Thema Holzbauweise spezialisiert haben? Aufgrund der Ausbildung war der Fokus definitiv im Bereich Holzbau. Ich bin danach noch auf Wanderschaft gegangen als Zimmermann und während der Wanderschaft hat sich das so ein bisschen gefügt, dass ich eben auch gesehen habe, dass immer mehr mit Holz gebaut wird, vor allem im Einfamilien-, Zweifamilienhausbereich. Und das hat dann bei mir den Wunsch ausgeübt, wenn ich schon Richtung Bauingenieurwesen gehen möchte, dann möchte ich schon den Fokus auf dem Baustoff Holz setzen. Sicher geht es auch um Stahl und Beton, ja klar, da kenne ich mich auch mit aus, aber leider nicht so wie mit Holz und das war einfach der Fokus aufgrund der Ausbildung, der Lehre, der Wanderschaft, dass ich viel mehr im Bereich Holzbau machen möchte. Ich hatte das gerade gesagt, also Holz als Baustoff für Gebäude ist jetzt, weiß Gott, keine neue Erfindung, aber es ist so, dass es so in den letzten, ja ich sag mal 20, 25 Jahren, da das Holz eben als Baustoff wieder verstärkt in den Fokus geraten ist. Wie kam es eben zu dieser Renaissance des Baustoffs Holz? Wie kam es dazu? Es sind für mich zwei wesentliche Aspekte, wie es dazu gekommen ist. Wir müssen uns ein bisschen die Historie des Landes anschauen. Im Zweiten Weltkrieg hat es aufgrund der Bombenangriffe große Stadtbrände gegeben. Das hat die Leute nach dem Krieg natürlich dahin erwogen zu sagen, Ost-West-Konflikt, es könnte ja wieder zu so einem Krieg kommen, wir möchten die Städte aber nicht mehr brennen sehen. Das heißt, die Baugesetzgebung in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR, die war sehr restriktiv, vor allem restriktiv abneigend gegenüber dem Baustoff Holz. Das hing einfach mit der Geschichte zusammen. Das war Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre mit dem Fall der Mauer erledigt. Das heißt, der Zwang zu sagen, Mensch, wir müssen die Städte, die Gebäude brandsicher machen, den gab es erst mal so nicht mehr. Und der andere Aspekt ist ein baurechtlicher als solches gewesen. Es gab in den alten Landesbauordnungen Gebäude niedriger Höhe bis drei Geschosse. Das war holzbautechnisch noch möglich, eine 30-Minuten-Anforderung. Und dann gab es eigentlich schon die Gebäude mittlerer Höhe, die bis zur Hochhausgrenze ging. Das heißt, von 7 bis 22 Meter musste schon direkt in F90-Bauweise Stahlbetonbau umgesetzt werden, wo ein sehr großes Loch eine Lücke war, vor allem, weil in den vielen Städten ja auch damals schon vor 20 oder vor 30 Jahren Wohnungsnot geherrscht hat, wo wir sagen mussten, da ist eigentlich noch Luft für dazwischen. 30 und 90 Minuten ist zu viel, 60 Minuten ist eine Zwischenstufe und da könnte ja auch der Baustoff Holz seinen Einzug finden. Welchen Stellenwert nimmt denn Holz momentan gegenüber den, ich sag mal, mineralischen und fossilen Baustoffen ein, beziehungsweise ja, wie groß ist der Anteil an Holzgebäuden in Deutschland? Das kann man ziemlich gut sagen. Vor allem im Ein- und Zweifamilienhausbereich haben wir sehr valide Zahlen. Da liegen wir im Deutschlandsschnitt fast bei einem Viertel aller neuen Gebäude. Im Süddeutschen sind das über 30 Prozent, was die Holzgebäude ausmachen. Im Norddeutschen um die 20 Prozent. Das heißt, im Mittel sind das circa 23 Prozent Ein- und Zweifamilienhäuser. Das ist eine ganze Menge. Schon ordentlich, ja. Und wenn man in den mehrgeschossigen Bereich geht, wird das ein bisschen schwieriger, das genau zu sagen. Wir liegen da ganz grob ungefähr bei circa zwei bis vier Prozent. Da muss man aber schauen, sind das Holzgebäude, Holzhybridgebäude. Also sagen wir, wenn tausend Gebäude im mehrgeschossigen Bereich erstellt werden, dann sind das vielleicht 30 oder 40, die irgendwie in Holzbauweise erstellt werden. Das heißt, da ist noch Luft nach oben, wenn wir das mit dem Einfamilien- oder Zweifamilienhausbereich vergleichen. Welche Vorteile, kann man sagen, bietet Holz gegenüber Beton, Stahl und anderen dieser Baustoffe? Es ist vor allem erstmal die maximale Vorfertigung. Das heißt, Sie bekommen Decken- oder Wandelemente mit einem sehr, sehr hohen Vorfertigungsgrad. Besonders im Bereich der Wände, der Außenwände sind die Fenster mit dabei, die Fassade ist mit da dran, die Kabel, die Elektroleitungen sind mit eingelegt. Das heißt, Sie haben auf der Baustelle sehr wenig noch zu tun, somit eine sehr schnelle Bauzeit. Aufgrund der Vorfertigung erreichen Sie eine sehr hohe Qualität und vor allem auch für die Arbeiter, für die Bauarbeiter ist das natürlich viel, viel angenehmer, in einer großen Halle unter normalen Bedingungen, wie wir sie hier eigentlich im Büro kennen, auch in einer Halle zu arbeiten. Das heißt, das sind eben sehr viele Vorteile, die da eben für den Baustoffholz sprechen. Das gilt jetzt sowohl für den Ein-, Zweifamilienhausbau, aber eben auch für den Mehrgeschossigen? Das hat dann, was die Geschossigkeit oder die Größe des Bauwerks betrifft, das spielt überhaupt keine Rolle. Also Sie ändern diesen Vorfertigungsprozess im Grundsatz. Den ändern Sie nicht, ob ich jetzt ein kleines Einfamilienhaus oder im Zweifel sogar ein Gartenhäuschen erstellen würde oder ob Sie dann wirklich ein Hochhaus im Holzbau erstellen. Das ist vom Grundsatz her das gleiche Vorgehen. Aber irgendwo wird es da wahrscheinlich auch Grenzen geben. Wo kommt man oder wo gerät der Holzbau an seine Grenzen? Wo gerät er an die Grenzen? Das sind baurechtliche Vorgaben, die uns im Moment an die Grenze bringen. Ich hatte eben gerade schon Hochhaus erwähnt. Das ist alles andere als selbstverständlich. Bis zur Gebäudeklasse 5 dürfen wir nominell in Holzbauweise arbeiten. Alles, was da drüber hinausgeht, sprich Hochhaus, das ist Spezial-Sonderhochbau, der explizit genehmigt werden muss. Aber selbst in der Gebäudeklasse 5 können wir in Deutschland nicht überall gleich in Anführungszeichen Holzbauweise betreiben. Dann hängt das noch sehr stark vom Bundesland eben ab. Und das sind eben die Grenzen, die uns da in Teilen gesetzt werden, dass wir eben nicht über alle Bundesländer hinweg gleich bauen können. Gebäudeklasse 5 geht bis zu welcher Höhe? Das ist oberste Decke, sind 22 Meter. Das heißt, das sind sieben, wenn es ideal ausgelegt wird, bis acht Geschosse maximal. Okay. Jetzt ist ja Holz unter ökologischen Gesichtspunkten auch ein durchaus sinnvoll einzusetzender Baustoff. Und natürlich spielt dann da auch das Thema Energieeffizienz. Wärmedämmung eine zentrale Rolle. Was lässt sich da in Bezug auf Holz sagen? Holz per se ist schon ein sehr guter Wärmedämmstoff. Gehen wir von klassischen mineralischen Dämmstoffen aus. Die haben einen Wärmeleitwert von ungefähr 0,35. Da ist Holz ungefähr nur um den Faktor 4 schlechter. Da liegen wir circa bei 0,13. Wenn wir das mit Beton vergleichen, das hat einen Wärmeleitwert von circa 2. Das heißt, das ist um den Faktor 50 in etwa schlechter, als das jetzt klassische Dämmstoffe eben sind. Das heißt, wenn wir jetzt Holz mit Dämmstoffen und dann kann das auch eine Zellulose sein, ein ökologischer Dämmstoff eben, dann ist der Unterschied relativ gering. Das heißt, wenn wir Holz und Dämmstoffe miteinander kombinieren, das was im Holztafeln, im Holzrahmenbau standardmäßig ausgeführt wird, dann ist es eigentlich eine sehr gute Symbiose, weil Holz keine großartige Schwachstelle eben in diesem Bauteil oder in den dämmenden Bauteilen darstellt. Wärmedämmung heißt ja erstmal im Winter, ich will Kälte draußen, Wärme innen haben. Im Zuge des Klimawandels nimmt aber auch die Bedeutung des sommerlichen Wärmeschutzes weiter zu. Also da soll die Wärme draußen bleiben und innen soll es eher kühl bleiben. Da bringt Holz auch entsprechende Eigenschaften mit. Es gilt der alte Spruch, was gut dämmt im Winter, dämmt auch gut im Sommer. Das ist einfach so. Die Bauwerke haben sich verändert über die Jahrhunderte. Das heißt, wenn wir uns alte Gebäude anschauen, vor allem steinerne Gebäude, dann hatten wir meistens dicke Wände, kleine Fenster. Und das Hauptthema, warum wir den sommerlichen Wärmeschutz herausfordernd betrachten müssen, ist die moderne Architektur mit den großen Glasflächen. Es gibt eindeutige Untersuchungsergebnisse, die klar belegen, dass wir im Vergleich Holzbau, Massivbau im sommerlichen Wärmeschutz keine Nachteile haben. Da werden die gleichen Temperaturen erreicht, eben völlig egal, Holzbau, Massivbau. Wichtig ist eben, dass die Verschattung funktioniert, dass die Energie erst gar nicht ins Gebäude reinkommt. Sollte die Energie allerdings mal ein hölzernes Gebäude reinkommen, dann ist der viel beschriebene Wärmekapazität oder Wärmespeicherkapazität des Holzbaus, die ist dann ein Vorteil, dass wir wenig Wärmespeicherkapazität haben, weil wir in der Lage sind, mit ein, zwei kühlen Nächten die Energie aus einem hölzernen Gebäude wieder herauszubekommen. Also das ist ein großes Vorurteil. Vorurteil immer noch. Holzbau ist Barackenbau. Das hing halt mit den Gebäuden nach dem Krieg zusammen. Das steckt in vielen Köpfen heute noch drin. Gibt es eindeutige wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, das ist nicht so. Also moderner Holzbau ist da angesagt. Er erfüllt die gleichen Voraussetzungen und Bedingungen, wie das jeder Massivbau genauso tut. Definitiv. Und es ist aber eben nicht so, was man bei Steinwänden ja häufig so sagt, da ist noch richtig die Wärme in den Wänden drin. Also das ist bei Holzwänden oder Fassaden aus Holz eben dann schneller wieder. Das ist so. Also im Winter meint man häufig, ja die Wärme ist gespeichert. Das mag so sein bei einem Massivbau. Die Kapazität, diese Speicherkapazität ist ja da. Der Holzbau dämmt so gut, dass er im Winter diese Speicherkapazität nicht braucht. Aber im Sommer ist das so, wie Sie sagen. Die Wärmespeicherkapazität ist da. Man fühlt ja, dass der Stein warm ist. Und das wird einem zum Verhängnis, weil es reicht nicht eine oder mal vielleicht zwei kühle Nächte aus, damit diese Energie aus dem Stein wieder raus kann. Und dadurch, dass im Holz wenig gespeichert wird, muss auch nichts raus. Nichtsdestotrotz, manche Dinge lassen sich in Holzbauweise vielleicht nur schwer oder auch gar nicht umsetzen. Ein Projekt, das Sie in jüngster Zeit begleitet haben, ist beispielsweise das Bürogebäude der Tischlerei Chor in Aachen. Das besteht zu drei Vierteln ungefähr aus Holz oder ist zu drei Vierteln in Holzbauweise gefertigt. Aus konstruktiven Gründen konnte man aber auf Beton nicht ganz verzichten. Ist so eine, ich sag mal, Hybridbauweise da auch ein Trend, der sich da durchsetzt? Vom Grundprinzip her tun wir das eigentlich schon von aller Beginn an. Also einen sortenreinen Holzbau, so möchte ich den bezeichnen, haben wir ganz, ganz selten. Das hat verschiedene Gründe. Es sind meistens Hybridgebäude. Das fängt mit dem Fundament alleine schon an. Es gibt wenig Gründungsarten, bei denen wir auf Beton verzichten. Das heißt, allein Tiefgarage, Keller, diese Dinge sind fast ausschließlich immer in Stahlbetonbauweise. Und es hat sich als sehr effizient erwiesen, dass Treppenhäuser in Stahlbetonbauweise ausgeführt werden. Das ist ein Brandschutzthema häufig, je nach Geschossigkeit der Gebäude. Es ist der Fluchtweg, da wird eine sehr hohe Sicherheit eben gefordert, dass dort nichts brennt. Es ist ein Schallthema mitunter und es ist auch ein statisches Thema, dass die Treppenhäuser über das gesamte Gebäude in ihrer Höhe durchlaufen und sich somit sehr gut auch für die Aussteifung eignen. Und da ist ein Treppenhaus mit geschlossenen Stahlbetonwänden sehr effizient, sehr kostengünstig, sehr leistungsfähig. Und das war der Grund, dass wir das eben auch bei der Tischlerei Chor in Aachen so ausgeführt haben. Treppenhaus, Stahlbeton und der ganze Rest drumherum im Hochbau in Holzbauweise. Ist das auch möglicherweise ein Thema, wenn es dann darum geht, ich muss, wenn das Gebäude irgendwann vielleicht nicht mehr gebraucht wird, ich muss das dann auch wieder sortenrein trennen können? Ist das auch damit berücksichtigt? Das kommt jetzt erst so langsam auf, dieser Gedanke. Wie das mit den Autos, mit den Fahrzeugen irgendwann mal war, ja, wir erstellen Fahrzeuge, wie entsorge ich die? Fängt das jetzt im Bauwesen gleichermaßen an? Wie bekomme ich die einzelnen Baustoffe, die ich zusammen mixe, wie bekomme ich die wieder sortenrein zerlegt, getrennt? Wie kann ich die auch weiter verwenden? Das ist jetzt in den letzten drei, vier, fünf Jahren erst der Fall, dass dies wirklich aktiv im Bauwesen diskutiert wird, dass Maßnahmen getroffen werden. Da stecken wir allerdings, das muss ich ehrlich sagen, noch ein Stück weit in den Kinderschuhen. Okay. Wenn wir über Holz als Baustoff sprechen, über welche Holzarten sprechen wir denn da hauptsächlich? Ich bin ja hier bei den Tischlern. Die lieben ja eher das Laubholz. Das sieht bei den Zimmerleuten ein bisschen anders aus. Das heißt, der Brotbaum des Holzbaus muss ganz klar gesagt werden. Das ist Nadelholz in Form von Fichte und Tanne. Das ist derzeit wirklich die Hauptbaumart, die wir einsetzen. Warum setzen wir die ein? Die Bäume wachsen sehr gerade. Wir haben ein sehr leichtes Holz mit sehr hohen Festigkeitseigenschaften. Das ist für mich die Perfektion der Natur. Das muss ganz klar gesagt werden. Das heißt, von der Bearbeitbarkeit her, von den Leistungsparametern ist Fichte, Tanne der ideale Holzbaustoff für den Hochbauholz. Insbesondere die Fichte hatte es jetzt in den letzten Jahren in Deutschland nicht so wirklich einfach. Woher stammen die Hölzer? Also wenn wir jetzt hier vom Bauland Deutschland sprechen und eben von der Holzbauweise? Das ist auch eine sehr gute Frage, die erst in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wir können sagen, dass circa 50 Prozent des in Deutschland verwendeten Holzes auch hier aus Deutschland kommen. Gleichermaßen wird viel des hier in Deutschland geernteten Holzes auch exportiert. Umgekehrt importieren wir auch wieder viel Holz. Also wir können ungefähr sagen, 50 Prozent werden aus dem Ausland importiert und das kommt dann aus den skandinavischen Ländern, aus den osteuropäischen Ländern. Es sind sehr viele Spieler am Markt. Das Holz wird ja nicht nur für bauliche Zwecke eingesetzt. Die Papierindustrie, die Energieindustrie, da sind ganz viele Spieler mit dabei und das hat sich über Jahrzehnte eben entwickelt, dass das Holz ja importiert, exportiert wird. Rein von dem, wenn wir es aufs Bauholz beziehen, was wir hier in Deutschland bräuchten, könnten wir das aus den heimischen Wäldern decken. Das wäre kein Thema. Ein wichtiges Thema, das hatten Sie jetzt auch schon zwei, dreimal angedeutet, ist der Brandschutz. Wie sieht es da mit konstruktiven Maßnahmen aus, um Brände zu verhindern, beziehungsweise um eben dieses, was Sie ganz am Anfang beschrieben hatten, die Städte sollen eben auch brandsicher sein. Wie lässt sich das umsetzen? Vom Grundprinzip her ist das Holz der beste Brandschutz per se. Jeder, der am Lagerfeuer gesessen hat und einmal zugeschaut hat, wie lange Holz brennt, erkennt relativ schnell, dass das viel Zeit braucht. Das heißt, Holz bildet eine sogenannte Abbrandschicht, eine Kohleschicht und damit ist die Definition des Abbrennens sehr genau gegeben. Ingenieurtechnisch wunderbar. Der Nachteil dabei, wenn ich eben viel Holz habe, dann brennt sehr viel. Das, was eben im Krieg passiert ist, ist sehr viel brennbare Masse vorhanden und wenn dies erst mal ins Brennen gerät, dann ist das eben ein sehr hoher Anteil an Holz, der eben für eine sehr hohe Temperatur sorgt. Das hat dazu geführt, dass viele der Hölzer verkleidet werden, das heißt mit klassischen Gipsplatten. Ich möchte jetzt keinen Hersteller nennen, aber jeder hat mit Gips in irgendeiner Art und Weise schon gearbeitet. Damit wird das Holz verbackt, wird vor den Flammen geschützt. Das braucht dann eine ganze Zeit, 30 oder 60 Minuten, bis sich das am Brand beteiligt und dadurch wird eben dieser brennbare Baustoff aktiv vor dem Abbrennen geschützt. Und es hat sich etabliert in vielen Gebäuden, dass vor allem Wandbauteile häufig verkleidet werden und Deckenbauteile in sichtbarer Optik ausgeführt werden, um dem Bewohner, dem Nutzer des Gebäudes diesen Baustoff zu zeigen. Das sind eigentlich die beiden gängigen Dinge. Man lässt Holz brennen in einem gewissen Rahmen, in einer gewissen Größe. Vieles wird verkleidet und ganz selten bis nie setzen wir Dämmschichtbildner oder irgendwelche chemischen Stoffe ein, um das Holz aktiv am Verbrennen zu hindern. Das wäre jetzt auch noch so eine Frage gewesen, wie sieht so ein typischer Wandaufbau, also einer vorgefertigten Holzbauwand aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Zwei Möglichkeiten. Das eine ist der klassische Holztafelholzrahmenbau, wie ihn letztlich die Fertighaushersteller schon seit den 60er, 70er Jahren in großen Mengen herstellen. Das heißt, ein Holzständer, alle Standardmaß 62,5, eben Plattenmaß, das kennen Sie aus der Tischlerindustrie genauso. Dazwischen ist eben die Dämmung, das wird innen- und außenseitig begleitet mit einer Gipsplatte, mit einer Holzwerkstoffplatte. Das ist der klassische Holztafelholzrahmenbau. Und dann seit gut anderthalb bis zwei Jahrzehnten kommt mehr der Holzmassivbau auf. Das heißt, es wird Brettsperrholz, kreuzweise verleimtes Vollholz oder Massivholz eingesetzt. Das kann dann auch eher mal sichtbar eingesetzt werden. Das heißt, Sie haben eine Holzwerkstoffplatte, die dann 10 oder 12 oder 14 Zentimeter dick ist und die wird dann von außen dementsprechend mit Dämmung versehen, wird ein ähnlicher Aufbau, eine ähnliche Fassade dann eben draufgesetzt, wie im Holztafelbau auch. Sie haben das gerade gesagt, also Thema Brandschutz ist natürlich was, dann darf ich nur bis zu einer bestimmten Höhe bauen. Welche rechtlichen und regulatorischen Aspekte muss ich denn bei der Planung oder eben auch Realisierung von Holzbauten ansonsten noch beachten? Wir hatten das vorhin schon bei einer Frage. Wir haben 16 Bundesländer mit 16 Landesbauordnungen und dementsprechend 16 Musterverwaltungsvorschriften, technische Baubestimmungen. Jeder von uns fängt dann schon das Grinsen an. Das heißt, wir haben in Deutschland allein an dieser Stelle über 5000 DIN A4 Seiten, die beschreiben, wie in ganz Deutschland gebaut werden soll und gebaut werden kann. Zumal es in Hamburg ja anders brennt als in München. Ja, Sie lachen, das ist eine wirklich der großen Herausforderung für uns. Damit verbunden, dass manche Gesetze, manche Verordnungen, gerade im Holzbau ist die Musterholzbaurichtlinie ein ganz entscheidender Aspekt des mehrgeschossigen Bauens, die ist dann in manchen Bundesländern schon eingeführt, in anderen Bundesländern noch auf dem alten Stand eben aktuell. Das ändert sich auch mitunter monatlich. Das heißt, die planenden Gebäude wissen gar nicht, wenn es dann mal zur Ausführung kommt, was eigentlich die rechtliche Grundlage ist. Das ist schon ein Punkt, also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann gäbe es keine 16 Landesbauordnungen. Es gibt auf Bundesebene eine sogenannte Musterbauordnung, die als Grundlage für die Länder dient. Ich glaube, es sind viele im Bauwesen, die sagen würden, lasst uns doch bitte die Musterbauordnung auf alle Bundesländer umlegen. Wir haben ein einheitliches Baurecht. Das würde viel vereinfachen. Und ja, Sie hören mein Lachen schon und mein Grinsen, das ist halt ein Wunschtraum. Da habe ich mir schon viele Hörner eingestoßen. Ich glaube kaum, dass das passieren wird. Ich hätte jetzt fast gefragt, in welchem Bundesland realisieren Sie denn momentan am liebsten ein Holzgebäude. Die Frage können wir gerne diskutieren. Ich weiß ja auch, aus welchem Bundesland Sie kommen. Sagen wir so, dass Baden-Württemberg, da als, ich sage mal, holzbauoffensivstes Land schon über all die Jahre unterwegs war. Wir durften den ersten sieben Geschosser in Berlin 2008, 2009 planen. Da war Berlin auch sehr offen, das sind sie letztlich heute noch. Aber Baden-Württemberg ist sicher das Land, was dem Holzbau sehr, sehr wohlgesonnen ist. NRW war über viele Jahre die rote Laterne. Erst 2019 wurde eine Neuverlierung der Landesbauordnung durchgeführt, was es überhaupt mal zugelassen hat, vier- oder fünfgeschossige Gebäude in Holzbauweise auszuführen. Im Moment ist es auch ein bisschen hinterher, was eben die Neuverlierung betrifft. Aber es hat sich in vielen Fällen angeglichen. Was wir einfach spüren, ist die Tatsache. Und das macht es dann eben so schwierig, dass viele Bauämter mit diesen neuen Verordnungen, insbesondere zum Holzbau, nicht umgehen können. Da fehlt Fachwissen. Das ist überhaupt kein Vorwurf. Woher soll das kommen, wenn das nie so ausgeführt wurde? Und das lässt eben die Planung mitunter zeitlich explodieren. Es müssen viele Erklärungen abgegeben werden und so weiter. Das ist für uns wirklich eine große Herausforderung im Moment. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Rolle des Tischlerhandwerks im Holzbau. Wie schätzen Sie das ein? Eröffnen sich durch das Thema Holzbau für Tischlereien möglicherweise neue oder andere Betätigungsfelder, gerade wenn man vielleicht auch so an Bauelemente, Fenstertüren und so denkt? Ich habe die Frage fast schon erwartet. Wenn die Tischler zu den Zimmerleuten kommen, wie können wir da irgendwie uns dranhängen? Ich versuche es mal aus meiner Sicht wahrzunehmen, wie sich das die letzten Jahre darstellt. Ich glaube oder ich würde nicht zu große Erwartungen schüren, dass jetzt das Tischlerhandwerk auf dieser Holzbauwelle mitsurfen kann, weil in vielen Fällen werden in den Holzgebäuden schon Holzfenster eingesetzt. Was aber eben auffällt, dass das die Zimmerreihebetriebe zum Beispiel dann selbst tun, diese Fenster einsetzen. Das heißt, die kaufen bei der Industrie Holzfenster und bauen sie auch in ihrem eigenen Werk ein, wo ich erst mal sagen kann, da braucht es an der Stelle keinen Tischler. Das mag vielleicht ein gelernter Tischler sein, aber die Zimmerreihebetriebe wickeln das selbst eben ab. Also deshalb bin ich da etwas zurückhaltender in dem Sinne. Das, was ich spüre, was ich sehe, ist sicher im Ausbaubereich dann der Fall, dass die Leute sagen, ja klar, ich habe ein hölzernes Gebäude, ich habe jetzt irgendwie eine sichtbare Wand- oder Deckenkonstruktion, die schon eine hochwertige Oberfläche in jetzt zum Beispiel Tannenoptik oder auch in der Laubholzoptik hat, dann möchte ich auch dementsprechend, dass die Küche, dass die Möbel, die ich habe, damit korrelieren, dass da schon ein größerer Mehrwert oder ein größerer Wert darauf gelegt wird, dementsprechend dann auch Möbel ähnlich zum Bauwerk auszuführen. Aber dass jetzt zusätzlich Betätigungsfelder geschaffen werden, das sehe ich im Moment oder tue ich mir schwer, dies zu sehen. Außer die Zimmereien kaufen dann die Fenster nicht bei der Industrie, sondern möglicherweise dann handwerklich gefertigte Fenster oder Türen. Wir haben jetzt eigentlich prinzipiell erstmal nur immer über Neubau gesprochen. Ist denn Holzbau auch bei der Sanierung beziehungsweise der Erweiterung von bestehenden Gebäuden eine sinnvolle Option? Also Thema Sanierung ist ja auch ein nicht kleines Feld. Ein nicht kleines Feld, was die Bundesregierung ja auch explizit im Koalitionsvertrag vermerkt hat. Das heißt, dass eben der Gebäudebestand saniert, renoviert werden soll. Und es ist tatsächlich so, dass seitens der Förderung, der KfW-Förderung, der serielle Holzbau das einzige ist, was noch mit Zuschüssen gefördert wird. Das heißt, der Plan der Bundesregierung besteht darin, wegzukommen von erdölhaltigen Dämmstoffen. Es soll eben das Styropor, um es mal ganz allgemein auszudrücken, einfach auszudrücken, das soll nicht mehr verwendet werden. Gefördert werden serielle Sanierungen. Was verbirgt sich dahinter? Dieser maximal vorgefertigte Holzbau, zu dem wir eben normal unsere Gebäude vier-, fünfgeschossig bauen, die dann tragen, die sollen analog dazu als nicht tragende, dämmende Fassade eingesetzt werden. Um eben wegzukommen vom Styropor, maximale Vorfertigung, möglichst schnell die Gebäude einhausen und in Verbindung damit aufzustocken, Holz ist leicht, es ist ein relativ leichter Baustoff. Häufig vertragen bestehende Gebäude ein oder zwei zusätzliche Geschosse. Auch noch anzubauen, irgendwo ein Baufeld noch auszunutzen, zu erweitern, das ist im Moment ein großer Teil unserer Arbeit, den wir haben, der jetzt seit gut zwölf Monaten richtig Fahrt aufgenommen hat. Da sprechen wir jetzt hauptsächlich von Außendämmung oder ist da Innendämmung auch möglich? Es ist fast immer Außendämmung. Innendämmung ist baufysikalisch ein schwieriges Thema, weil Sie dann den Taubpunkt praktisch zwischen die Dämmkonstruktion und die bestehende Konstruktion in einen nicht sichtbar, kaum kontrollierbaren Bereich legen. Deshalb reden wir eigentlich fast ausschließlich von Außendämmung, die dann eben außen davor gesetzt wird, wo eine Vorfertigung auch optimal einsetzbar ist. Was mich mal interessiert, welche spannenden beziehungsweise außergewöhnlichen Projekte haben Sie in Holzbauweise in der letzten Zeit realisiert? Und was waren da vielleicht die besonderen Herausforderungen bei? Eigentlich nur spannende Projekte. Nein, es ist, um Gottes Willen, was haben wir realisiert? Wir haben ein viergeschossiges Studentenwohnheim in Heidelberg umsetzen dürfen, das Collegium Academicum. Das war tatsächlich ein fast reiner Holzbau, das heißt ab Oberkante Bodenplatte nur noch Holzbauteile und die Intention ging in den Fachwerkbau zurück, dass wir mit Holznägeln gebaut haben. Das heißt, wir haben Schlitzbleche, Schlitzbleche in Anführungszeichen aus Holz eingesetzt, Furnierschichtholzplatten, haben die mit Stabdübeln, auch wieder Stabdübel, klassischer Zimmermannsbegriff, mit Holzdübeln ersetzt und haben eine Schlitzblechverbindung in einer reinen Holzbauweise ausgeführt. Das heißt, all das, was wir haben, ist eine hochtragende Verbindung, die ich allerdings mit dem Akkuschrauber und mit dem Schlangenbohrer wieder eins zu eins auseinandernehmen kann. Dann sind wir bei dem Thema, was Sie eben erwähnt haben. Trennbarkeit, Rückbaubarkeit, Sortenreinheit, das haben wir da umgesetzt und das war bei einem viergeschossigen Studierendenwohnheim das erste seiner Art, was komplett eben in Holzbauweise aufgebaut wurde und auch komplett wieder rückbaubar ist. Es ist derzeit ein Projekt in der Planung, beziehungsweise was ausgeführt wird, nicht in Deutschland, in Rotterdam, ein 16-geschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude, Projekt SAVA, finden Sie auch im Internet, wo bei 16 Geschosse im Hafen von Rotterdam, mit Ausnahme des Treppenhauses, also nur das Treppenhaus ist betoniert, der ganze Rest komplett in Holzbauweise, eben bis 50 Meter in die Höhe bauen. Auch ein spannendes Projekt, was derzeit eben in der Aufrichtephase ist, das Erdgeschoss ist derzeit schon gestellt, da geht es jetzt weiter. Ein drittes Projekt, wo wir sehen auch, wie vielfältig der Holzbau ist, das Paul-Gleih-Gymnasium in Augsburg, eine sehr große Schule, die komplett neu gebaut wurde. Es zeigt eben, dass der Holzbau vor allem im Schulbereich in Bayern und Baden-Württemberg einen großen Einzug gehalten hat und das sind dann meistens auch Projekte, die im hohen zweistelligen Millionenbereich liegen, die vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen wären, das in Holzbauweise auszuführen. Und das zeigt Ihnen auch, wo der Holzbau sich heute befindet, welchen Stellenwert er da eingenommen hat. Also die Akzeptanz des Holzbaus und auch das Vertrauen in den Holzbau hat deutlich zugenommen? Deutlich zugenommen und es wird vor allem auf staatlicher Ebene, ob es von den Ländern, vom Bund ist, es wird massiv gefördert. Einerseits, ja, um den natürlichen Baustoff wieder zurückzuholen, aber wie Sie sagen, die Akzeptanz, das Vertrauen, das ist da und auch diese Vorurteile, mit denen wir vor 20 Jahren noch zu kämpfen hatten, das ist erheblich weniger geworden. Ab und zu kommt das immer mal wieder hoch. Ja, hat man alles schon mal gehört, aber das sind kaum noch die Diskussionen, wie wir sie eben vor 15 oder 20 Jahren geführt haben. Wenn ich jetzt so an die Innenräume in so einem Holzgebäude dann denke, so das Thema Gemütlichkeit, vielleicht auch Akustik, lässt sich da mit Holz auch viel besser arbeiten wahrscheinlich als mit anderen Baustoffen? Es lässt sich sehr gut damit arbeiten, vor allem lässt sich die Sichtbarkeit des Holzbaustoffs, der Konstruktion mit der Raumakustik und den Oberflächen eben vereinbaren. Das heißt, ich bringe Konstruktion in Form einer Decke, einer Wand und das ist gleichzeitig auch der Ausbau. Das ist einer der ganz großen Unterschiede zum Massivbau. Wenn Sie an Raumakustik in Massivgebäuden denken, dann denken Sie an Lochplatten. Das ist so ein Klassiker, da ist die Decke abgehangen, da ist eine Lochplatte. Das heißt, da kommt dann ein Paket von 10, 15, 20 Zentimeter unter eine bestehende Stahlbetondecke. Das kombinieren wir im Holzbau und gleichzeitig möchte ja auch der Nutzer, der Auftraggeber Sichtbarkeit der Holzoberfläche in vielen Fällen haben und das ist der große Vorteil, dass ich Tragkonstruktion, Raumakustik und sichtbare Oberfläche in einem kombinieren kann. Wo geht da in den nächsten, also ich weiß, dieses Glaskugel-Lesen ist immer etwas schwierig, aber wo geht Ihrer Ansicht nach die Reise in den nächsten Jahren hin, bezogen auf Deutschland? Sie hatten gerade schon Rotterdam erwähnt, also vielleicht auch europaweit, aber auch weltweit. Wo geht die Reise hin? Ich denke, wir können sagen, wir sind den Kinderschuhen entwachsen. So möchte ich es ausdrücken. Das heißt, der Holzbau hat sich in den letzten 20 Jahren etabliert, entwickelt, wenn wir über die Projekte von eben sprechen und wie Sie sagen, die Akzeptanz ist gegeben. Wir müssen allerdings festhalten, dass wir noch einen langen Weg insofern vor uns haben, dass noch viel Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Sie hatten die Fichte schon kurz angesprochen, das heißt, wir werden uns damit abfinden müssen, dass der Klimawandel die Fichte hier aus Mitteleuropa vertreiben wird. Wir werden zukünftig viel mehr mit Laubhölzern bauen, welcher das auch immer sein mag. Wer wächst hier in der Zukunft, das wissen wir nicht. Nichtsdestotrotz ist da noch ein großes Potenzial vorhanden, weil viele neue Entwicklungen kommen werden, über die wir heute noch gar nichts wissen. Wenn wir das mit dem Stahl- oder Stahlbetonbau vergleichen, die sind da gut 50, 80, 100 Jahre voraus. Das ist das, was dem Holzbau fehlt. Der Professor Kreuzinger von der TU München hat das damals mal so schön gesagt, Holz war kein kriegswichtiges Gut, deshalb ist es vernachlässigt worden. Und das ist das, was wir jetzt nachholen mag, der falsche Begriff sein. Einfach wo wir sagen, ja, da fangen wir jetzt erst richtig an zu forschen, zu entwickeln. Und ich glaube, dass dem Holzbau hier in unserem Land eine große Zukunft vorhergesagt werden kann. Das gleiche auch hier in Europa. Rotterdam habe ich erwähnt, die Schweiz ist Weltmarktführer im Bereich Holzbau. Österreich ist da auch sehr, sehr gut aufgestellt. In Frankreich wird sehr viel mit Holz gebaut, in den Niederlanden sowieso. Italien hat vor allem in Norditalien eine große Holzbautradition. Die skandinavischen Länder, die viel mit Holz bauen. Also da sehen wir hier in Europa ist ein richtiger Boom, was den Baustoff Holz betrifft. Und auch weltweit ist eine große Nachfrage. Umgekehrt müssen wir sagen, wir können diese Welt nicht nur aus Holz bauen. Dafür haben wir tatsächlich zu wenig. Das wäre eine Illusion. Aber wir können zumindest einen Beitrag leisten, viele der mineralischen oder konventionellen Baustoffe zu ersetzen. Wir müssen gleichzeitig aber schauen, dass die Wälder intakt bleiben, dass weiter aufgeforstet wird. Da muss ich eine Waage halten, weil im Moment sehr, sehr viele Leute von diesem Naturbaustoff Holz, von diesem Rohstoff Baum profitieren möchten. Ja, es ist ein nachwachsender, aber doch bis zu einer gewissen Grenze ein endlicher Baustoff. Ja, und damit müssen wir umgehen. Wir haben das bei uns auf die Agenda geschrieben. Das heißt, wir haben gesagt, für jeden 1.000 Euro Honorar, die wir hier bei uns im Büro generieren, pflanzen wir einen Baum. In der Schweiz eben wie bei uns hier in Deutschland im Büro. Einfach, um die in Rechnung zu tragen und zu sagen, ja, wir müssen was tun. Und es gibt mittlerweile einige wissenschaftliche Berichte, die ganz klar zum Ausdruck bringen, dass das Aufforstung, dass Bäume pflanzen einen positiven, einen wirklich sehr positiven Effekt überhaupt erst mal auf Klima haben. Da geht es jetzt weniger darum, den Klimawandel als solches zu stoppen, sondern dass es feuchterregulierend ist, dass der Wasserhaushalt der Böden reguliert wird. Der Wald hat sehr, sehr viele Vorteile. Der ist viel mehr als nur ein Rohstofflieferant. Auch da stehen wir erst am Anfang, das zu erforschen. Aber es gibt mittlerweile schon sehr klare Ergebnisse, die sagen, dass Wälder als solches für den Planeten sehr wichtig sind. Herr Götz, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für den spannenden Einblick in das Thema Holzbau. Ich denke, wir dürfen alle gespannt sein, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren weiterentwickelt und vor allen Dingen auch, welche spannenden Bauprojekte mit Holz umgesetzt werden. Ja, hier sieht man ja auch. Ich bedanke mich für die Zeit, für das schöne Interview und freue mich auf ein nächstes Mal. Vielen Dank. Ja, vielen Dank natürlich auch wie immer an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Streamen dieser Folge. Wer Fragen, Anregungen, Themenvorschläge oder auch einfach nur einen netten Gruß loswerden möchte, kann uns gerne eine Mail schicken an lauschwerkstatt.tischler.nrw. Und damit bleibt zum Schluss nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt. Bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.